Für mich war jetzt halt so ein bisschen der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich habe irgendwie einen kleinen Online-Shop, den ich fühle, ich habe den Stream, ich habe die Podcasts, habe noch x Community-Projekte, irgendwo muss ich jetzt mal zurückstellen. Und ich denke, man merkt schon, wir haben jetzt so viel Angebot, was Streaming angeht, was Pack-Openings und so weiter angeht. Da habe ich gesagt, ich reduziere jetzt einfach für mich halt auf einen Tag und konzentriere mich da halt auf ein paar neue Dinge, sprich Podcasts, Shop, Community-Events und so weiter. Wirklich viel mehr auf Live-Events gehen und halt so ein bisschen die Leute so wieder zusammenbringen. Also physisch vor allem. Physisch, ja. Wir sind wieder beim Thomas-Kowalsch-Podcast und heute haben wir DaviesTV am Start. Let's go. Du hast mir gesagt, du sammelst keine gegradeten Karten. Da musst du jetzt etwas näher aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, ich habe es ja vorhin schon mal für dich so ein bisschen angeteasert oder angesprochen gehabt. Was heißt, ich sammle keine. Also ich schaue jetzt nicht spezifisch nach gegradeten Karten. Viele von denen sind jetzt zum Beispiel Geschenke gewesen von irgendwelchen Kollegen und so weiter. Das freut mich natürlich massiv. Aber ich, rein optisch muss ich sagen, gefällt mir jetzt ein gegradetes Case einfach nicht. Und da ich sie jetzt nicht speziell gerade von meiner Personal Collection fürs Resell logischerweise haben möchte, sehe ich da jetzt nicht spezifischen Sinn, die Karten zu graden, oder? Wenn ich sie jetzt verkaufen wollen würde, was ich auch logischerweise oft mache und spezifisch sehe, okay, eine Karte hat potenziell eine Wertsteigerung, wenn ich sie zum Grading schicke, dann schicke ich sie auch ein. Okay. Das heißt, du hast sie dann einfach im Binder drin oder, du hast vorhin noch gesagt, diese Mac... Mac-Holder. Mac-Holder, genau. Das sind so die mit Magneten, oder? Ja, man, die liebe ich. Aber die sehen doch so ähnlich aus wie gegradete Karten. Was gefällt dir nicht? Das Label einfach, dass es noch so umdrauf ist? Oder was gefällt dir an einer gegradeten... egal jetzt von welcher Firma gegradet? Was gefällt dir daran nicht? Das Label. Eigentlich tatsächlich am meisten, ja. Also ich habe am meisten Probleme mit dem Label und vor allen Dingen, ich brauche so eine Einheitlichkeit, oder? Wenn ich jetzt meine Karten nebeneinander habe, ich habe das letzte Mal im Podcast mit dir drüber geredet, dass Crystal Nudo King ist ja so meine Favorite-Pokémon-Karte, oder? Jetzt habe ich bereits vier Stück, die schön nebeneinander stehen. Jetzt stell dir vor, ich habe die in meinem Slap drin, die eine hat eine 9, die andere hat eine 5, die andere hat eine 8. Das wird mich gerade schon richtig fertig machen. Deswegen, ich brauche das einheitlich, dann habe ich sie lieber an einem Mac-Holder drin. Und die sehen, finde ich, sehr schön aus. Aber da boahre ich jetzt noch ein bisschen nach, das ist doch die Challenge. Ich habe jetzt auch ein japanisches Crystal Nudo King PSA 10 und ein englisches PSA 10. Das ist doch die Challenge dann, die hohen Grades von mir aus alles in 9, alles in 10 zu chasen. Und dann hast du es wieder einheitlich, das ist ja dann doch nicht das Problem. Dann hast du einheitlich all deine Crystal Nudo Kings oder all deine Nudo Kings PSA 10. Verstehe ich, aber da nimmst du einen wichtigen Teil raus, weil das können ja nur sich Leute in dem Sinne besorgen, die auch die Kohle haben, sich einen Crystal Nudo King in der PSA 10 zu holen. Oder du gradest einfach genug, du holst dir die RAW, holst dir die rein oder tradest dich ab sozusagen. Verstehe ich, verstehe ich, oder? Aber ich meine, an dem Punkt bin ich glaube ich jetzt aktuell noch nicht, dass ich jetzt sagen könnte, ich kann mir jetzt finanziell das rausnehmen, entweder so viele graden zu lassen oder mir die direkt in der 10 zu holen. Könnte ich vielleicht schon machen, wenn ich einen Teil von meiner Collection einfach rausgeben würde. Will ich momentan jetzt nicht. Von dem her habe ich jetzt gerade meine Einheitlichkeit dort und wer weiß, vielleicht später, es stehen alle mal in einem Black Label oder in der PSA 10 da, keine Ahnung. Perfect 10 Beckett, ja, Black Label. Vielleicht natürlich, ja. Vielleicht also mit der Zeit, wenn ich das so raushöre, kann es ja schon sein, dass du dann vielleicht doch sagst eben dann, so wang es einheitlich ist, also so ein bisschen das OCD, ich höre das raus, ich kenne das ja auch. Ich habe jetzt gerade einen PSA Return bekommen. Ich habe ihn gesehen. Und es kommen jetzt noch mehrere Videos, sind ja vier Videos, die ich jetzt gemacht habe. Und also ein paar dachte ich mir halt echt so, boah, geil, geil, geil. Und dann einfach so, no, es ist eine 9 oder so. Weil die anderen beiden waren dann zum Beispiel eine 8 oder eine 10. Und dann hast du halt so dieses Set, wo du 9, 9 und dann 8. Und es ist einfach nicht mehr so rund, weißt du. Dann musst du entweder gucken, hey, ich downgrade oder ich upgrade. Also das sind dann so die zwei, ich check das voll, das tut so weh in den Augen. Das ist so ein bisschen halt, wir sprechen hier drin, das ist ja schon von einer Form von High-End Collecting, oder? Wenn du dir das, ich sage jetzt mal, das Recht schon rausnehmen kannst, zu sagen, okay, ich will alle in einer 10 halt haben. Oder ich create wirklich so lange, bis ich weiß, okay, ich habe alle in einer 9 oder in einer 10. Da bist du schon natürlich in einem bestimmten Bereich halt vom Sammeln drin, wo viele von uns wahrscheinlich gar nicht halt reinkommen werden. Das muss man auch halt ernsthaft so sehen, oder? Und ich persönlich bin jetzt, glaube ich, noch nicht halt an dem Punkt angekommen, wo ich jetzt sage, hey, ich chase jetzt die 10 oder so. Also das ist es mir jetzt nicht wert. Da genieße ich das Artwork eigentlich schon allein. Das reicht mir jetzt momentan für meine Befriedigung schon. Ich muss ehrlich sagen, ja, bei Vintage definitiv, da ist 10 schon recht krass, je nachdem auf welches Set. Aber so bei modernen Karten, muss ich sagen, ist es ja echt noch verhältnismäßig erschwinglich. Klar gibt es Ausnahmen bei modernen Karten, aber viele, sage ich mal, sind noch voll okay. Also das ist jetzt nicht irgendwie ultimativ krass übertrieben oder so. Und da finde ich es jetzt noch mega realistisch. Sei es irgendwelche Sun and Moon Sets oder Sword and Shield, wo ja viele neu dazugekommen sind im ganzen Trading Card Game Hype. Da finde ich es noch echt erschwinglich, wenn du sagst, hey, ich will jetzt hier diese Trainer Galleries oder diese bestimmte Karten oder diese Secret Rares oder irgendwie. Selbst wenn du aus Evolving Skies die High-Tier-Karten nimmst, sind immer noch echt erschwinglich im PSA 10. Finde ich jetzt zumindest im Vergleich zu eben Crystal Nido King oder Crystal Lugia oder irgendwelche anderen Crazy Karten. Oder jetzt zum Beispiel der Star-Dust-Dragon, den ich eingeschickt habe. Wenn der PSA 10 zurückgekommen wäre, das wäre halt eine fünfstellige Karte gewesen. Das war eine 7, 8. Aber auch 8 ist schon heftig für eine Ghost Rare, oder? Wir hatten es vorhin auch so ein bisschen Magic. Du bist aktuell gerade so im Magic-Hype dran, so ein bisschen. Du spielst auch viel Magic. Ich finde es mega lustig gerade irgendwie. Ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie meinen ganzen Freundeskreis gerade verseucht mit Magic irgendwie. Also, was heißt momentan? Also, ich muss da ein bisschen weiter ausholen, weil ich Magic sammeln oder spielen tue ich schon seit ungefähr 1999. Also, ich habe damals, das Hauptset, wo ich so gesammelt habe, war Invasion. Ich glaube, das kam 2000 raus. Und ich habe damals mit meinem besten Kollegen nach der ersten Pokémon-Phase, die ich damals hatte, haben wir angefangen, Magic zu sammeln. Da waren wir dann Erwachsener, oder? Dann haben wir Magic gesammelt und auch gespielt, aber vor allem gesammelt damals noch. Und die Sammlung ist zusammen mit meiner Pokémon- und mit meiner Yu-Gi-Oh!-Sammlung damals draufgegangen, oder? Die hat irgendeinen Dude auf dem Flohmarkt sich gesnackt für einen Schnapper, oder? Und den hast du verkauft, oder wie? Ich habe alle meine Karten damals verkauft. Ich habe mir, glaube ich, ein Fahrrad oder so davon gekauft damals. Gutes Investment, oder? Du? Ey, ganz ehrlich, ich war happy mit dem Fahrrad oder so. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Ding. Klar kann man sich jetzt da irgendwie jahrelang drüber aufregen oder so, aber schlussendlich, ich habe das damals gewollt und gebraucht. Klar nervt es mich jetzt im Nachhinein, wenn ich sage, ich weiß irgendwie, ich hatte die und die Karte, aber schlussendlich, gewissermaßen lebst du auch in einem gewissen Zeitpunkt. Ich war damals halt ein Kind. Gibt es da Karten, die du heute immer noch nicht hast, aber noch gerne wieder zurück, also nicht dieselbe Karte, aber halt so wieder zurück haben möchtest du in die Collection? Gibt es da irgendwelche Key Cards? Egal jetzt Pokémon, Yu-Gi-Oh! Magic? Nee, nee, also ich kann mich bei Magic spezifisch an ein Set erinnern, das hieß Scourge. Und der Drache, wo auf der Front drauf war, das war meine absolute Chase-Karte damals. Und die Karte habe ich damals in Non-Foil gehabt. Non-Foil ist heutzutage auch in den alten Sets meistens recht uninteressant, oder? Und die habe ich mir jetzt schon tatsächlich doppelt gegönnt in Foil. Also das ist so ein bisschen meine Chase-Karte. Wo sind wir da preistechnisch? Es kommt natürlich auch da wieder auf die Condition an, aber jetzt so Raw in so einem guten Zustand kriegst du den für, ich sag jetzt mal, 60, 70 Franken. Aber das ist noch pre- oder nach Reserved List. Da gab es also die Reserved List, das ist noch viel älter, das sind neuere Karten. Genau, das sind neuere Karten. Das war glaube ich 2002 oder so, war glaube ich Scourge gewesen. Und Blade Wing heißt die Karte, oder? Und die super geiles Artwork auf jeden Fall mal abchecken, wenn er den noch nicht gesehen hat, weil es sieht sick aus, oder? Und ich hatte damals immer den Traum gehabt, wo wir dann angefangen hatten, so ein bisschen zu spielen. Ich will ein Drachendeck haben, der Typ muss drin sein, oder? Und das muss funktionieren. Dann habe ich die Karte gehabt, habe mir mein Drachendeck gebaut und es war einfach nur komplett scheiße. Das Deck war so schlecht. Es war unglaublich schlecht gewesen, aber ich habe trotzdem meine Freude daran gehabt und jetzt habe ich mir halt meine Decks gebaut, die funktionieren, wo der auch drin ist. Und ja, da bin ich jetzt halt irgendwie seit zwei Jahren ungefähr ein bisschen wieder zu dieser Liebe zurückgekommen. Wir spielen halt recht viel und wir sind jetzt echt so eine, ich sag jetzt mal Playgroup von irgendwie 20 Nasen oder so, wo jetzt wirklich aktiv spielen zusammen, egal ob das jetzt vor Ort beim Kollegen ist oder so mit einem schönen Bierchen oder online gibt es ja die Möglichkeit, ich weiß nicht, ob du von Spelltable schon mal was gehört hast. Nee. Das ist eine Plattform eigentlich im Internet, wo von Wizards of the Coast gesponsert wird und da kannst du, wie wenn du jetzt in dem Sinne deinen Stream halt aufnehmen würdest mit der Cardcam, kannst du deine, also dein Playtable in dem Sinne aufnehmen und das wird dann halt online übertragen. Plus du hast die Möglichkeit, die Karten gleich vor Ort aktiv zu scannen, ja. Sprich, wenn ich die beim Kollegen sehe. Also die Kamera erkennt das direkt. Die Kamera erkennt das, ich kann die Karte anklicken vom anderen und bekomme dann direkt sauber auf der rechten Seite angezeigt, was die für eine Funktion hat und so weiter. Dann kann ich mir die immer wieder durchziehen. Obwohl es physisch ist, es ist halt über die Kamerasoftware und so. Cool, ja. Also ich meine, ich bin nicht so krass tief in Magic drin, also ich habe ein paar auch in der Collection, Reserved List kann, sowas wie Metalworker oder so einfach Artworks, die mir gefallen. Ich meine, das ist ja auch vor meiner Zeit, zu dieser Zeit, weil ich irgendwie keine am Daumennuckeln oder so noch mit Windeln an, als die rausgekommen sind. Oder so Sachen wie Birds of Paradise, einfach so Artworks, die mir halt gefallen. So habe ich in der Private Collection hier und da kleine Sachen. Dualmasters gab es ja auch einige Crossover-Karten, weil es ja auch von Wizards of the Coast ist. Gibt es ja immer noch in Japan, ist immer noch groß dort. Das Dualmasters. Ja, und bei uns ist es ja nach zwei Jahren gefloppt. Da gab es zwölf Sets, Dead City, dann ist es gefloppt. Und in Japan ist es ja immer noch richtig groß, ich glaube, in den Top-5-TCGs oder so. Okay, krass. Und ist halt auch von Wizards of the Coast. Da gibt es halt auch so ein geiles Crossover, habe ich auch graden lassen. Ein Black Lotus, aber halt Dualmasters Black Lotus. Der ist natürlich nicht so teuer wie der echter, aber halt trotzdem ganz cool. Genau. Ja, also ich muss sagen, Magic ist so definitiv ein Kartenspiel, was viele spielen, ähnlich wie Yu-Gi-Oh! Ich meine, Pokémon, hast du Pokémon auch schon oder spielst du überhaupt schon viel Pokémon? Oder, ich meine, du hast vorhin gesagt, mit Pre-Release-Kits habt ihr ja letztens kürzlich gespielt. Aber schon mehr Magic oder mehr Pokémon oder was wird mehr gespielt? Also, ich fand es vor, ich weiß gar nicht, wann es angefangen hat, vor drei Jahren oder so, fand ich es mal ein bisschen schade, dass eigentlich nur, ich sag jetzt mal, es nur ums Collecten ging und eigentlich dieser ganze Bulk, den man hat, eigentlich überhaupt nicht verwendet wird, oder? Und wir hatten ja damals bei Community-Treffen die Möglichkeit, mal so kleine Turniere zu veranstalten für Leute, die Bock hatten, oder? Und haben dann auch dort schon geguckt, dass wir zu den Leuten Sacken, die Bock halt drauf hatten, hey, komm, baut doch doch mal ein Deck, wir machen ein kleines Turnier, einfach for fun. Und haben dann dort schon angefangen, wirklich auch mit Pokémon so kleine Turniere halt, wirklich Spaß-Turniere zu veranstalten. Und seitdem habe ich dann auch aktiv gespielt, sei es jetzt online ein bisschen oder mir halt auch Fundex zusammengebaut. Nichts Kompetitives, aber ein paar Kumpels von mir sind wirklich da jetzt recht tief eingestiegen und die machen auch bei irgendwelchen Meisterschaften jetzt mit. Und da sind da überall irgendwie, jetzt der eine war neulich in Barcelona und hat auf einem Regional oder sowas gespielt gehabt und sammelt da dann Punkte. Also wenn man es kompetitiv spielen möchte, ist es ein sehr, sehr geiles Spiel. Es fällt so ein bisschen die Komplexität, wo man von Magic drin hat, weil du logischerweise nur die Möglichkeit hast, in deinem eigenen Zug zu agieren und nicht im Zug vom Gegner. Aber es ist schon auch ein geiles CCG zum Spielen halt, wenn man sich da Zeit nehmen möchte und einlesen. Ich lasse mir immer so sagen, so Magic ist so das Komplexeste, weil du halt ein nicht limitierendes Board hast. Dann kommt dich darauf gefolgt Yu-Gi-Oh! Weil auch die Effekte sind einfach so ultimativ. Du brauchst fast schon eine Lupe, um teilweise die Effekte zu lesen und zu wissen, ah, aber hier gibt es noch ein Ruling, das darfst du eben genau nicht machen. Es steht zwar nirgends, aber das darfst du nicht machen. Das ist ja bei Yu-Gi-Oh! so der Klassiker. Und dann so Pokémon ist halt, das merke ich dann auch, also so die meisten Kids, wenn überhaupt, die verstehen Pokémon relativ schnell. Magic teilweise auch, aber dann ist halt die Komplexität mit den ganzen Kombos und Yu-Gi-Oh! ist halt so superkomplex, weil du halt so diese ganzen Effektexte komplett lesen musst. Und das fällt dir auch bei Pokémon mega oft weg, weil, hab ich auch gemerkt, es rotiert zwar durch, aber das ist immer wieder dieselben Professoren, also es rotiert ja durch. Das ist dann dieselbe Karte einfach in der nächsten Season, ist sie erst später spielbar wieder oder solche Geschichten. Ja, und auch vor allen Dingen, wenn du ja zum Beispiel, jetzt sind ja wieder die EX-Karten zurückgekommen, oder? Und selbst wenn das eine neue Mechanik ist, es ist jetzt kein Riesensprung von einer V-Karte, wo davor war, zu einer EX-Karte. Also du hast auch wieder eine ähnliche Rulebox, du hast den Effekt, den du einmalig einsetzen kannst pro Kampf sozusagen. Also das bleibt schon in einem sehr simplen Rahmen vor allen Dingen drin. Also das ist schon, es ist sehr einsteigerfreundlich, aber wie gesagt, wenn man da wirklich professionell und komplex und tief drin spielen will, dann braucht es schon einige Einarbeitungszeit, vor allen Dingen, wenn du dann so meta-relevant und so spielen willst, dann wird es halt echt schwierig. Aber apropos Bulk, also der Bulk ist für Master-Set-Collector extrem wichtig. Also es gibt doch schon den einen oder anderen, oder die einen oder anderen, die Master-Sets sammeln. Hast du da schon mal eins versucht zu kompletieren, ein Master-Set von irgendeinem Set? Ja, ja, ich habe schon Master-Sets, ja. Von welchen Sets? Ich habe mir die Sets von früher, also Dschungel, Fossil, The Space-Set, Das sind die humanen Sets, die nicht fünf Millionen Karten drin haben. Genau, die habe ich mir auf Deutsch vor allen Dingen gemastert, weil ich sie damals halt als Kind auch auf Deutsch gesammelt habe, oder? Dann Team Rocket war mir wichtig, das ist eigentlich mein Favorite-Set mit den Gym-Sets. Sprich, Gym und Team Rocket habe ich die drei Sets komplett auf Englisch. Gym gab es ja nur auf Englisch. Und ich habe jetzt noch das Celebration-Set, die habe ich komplettiert. Ich habe das Evolutions, habe ich komplettiert auf Englisch. Also mit Reverse-Holos, Holos, No-Holos. Nee, nee, nee. Aber dann ist es kein Master-Set. Ja, wie man es nimmt, das ist ja echt Auslegungssache. Ein Master-Set ist per Definition, du hast wirklich alle Karten in allen Varianten. Dann brauchst du auch die Pre-Releases und die Promos und alles sozusagen dazu. Also Promos, dann Reverse-Holos, Holos, Cosmo-Foils auch. Ja. Also sprich, du hast ja dann manchmal so die gleiche Holo, aber halt mit Cosmo-Foil statt mit... Ja. Also wenn das per Definition so ist, dann habe ich da von den Neuen wahrscheinlich keine Master-Sets. Aber da sind wir wieder bei der Optik. Mich stört es, wenn ich zweimal die gleiche Karte nebeneinander habe. Deswegen, ich will sie einfach in Reverse. That's it. Sieht für mich cleaner aus. Aber eben das ist alles so ein bisschen Geschmackssache. Da bin ich kein Hardcore-Master-Set. Nee, ich auch nicht. Ich überhaupt nicht. Ich finde das so wild. Die One habe ich auch auf Japanisch, jetzt bin ich kurz vorm Komplettieren. Da ist es halt mit den Master-Sets so krank, wegen den Master-Balls. Ja. Gut, die Master-Bälle muss ich auch sagen, das ist jetzt auch wieder so eine Sache, wo ich dann ein bisschen schwach unterwegs bin. Da habe ich mir halt meine Favorites gegönnt, oder? Ja, logisch. Es gibt ja viel, du musst ja statistisch gesehen, keine Ahnung, 100, 200, also nee, über 100. Du musst 200, 300 Displays kaufen, wenn du es selber kompletierst. Das ist ja geisteskrank. Das ist sehr geisteskrank, ja. Also das haben sie ja noch nie gemacht, sowas. Das ist wirklich Next-Level-krank. Also da musst du ja schon auf den Sekundärmarkt gehen, wenn du nur halbwegs die Chance jemals haben möchtest, das zu kompletieren. Aber findest du es gut oder schlecht mit dem Master-Ball? Ich finde es geil. Ich finde es auch geil. Ich finde es krank, aber so in einer guten Art und Weise. Also es gibt auch Leute, die es abhaten, aber ich finde es geil irgendwie. Ich finde so ein zusätzlicher Chase ist immer cool, solange er irgendwie clean ist. Und ich finde die Master-Bälle... Wie meinst du clean? Ich fand es ein bisschen turbulent, wo wir jetzt Gold-Karten, Rainbow-Karten, Alt-Art-Karten hatten. Weißt du, zu viele von diesen Secret- und Hyper-Rare-Varianten. So eine andere Form von einer Reverse-Holo, wo du in dem Sinne ersetzen kannst oder dazulegen, finde ich noch cool. Das finde ich irgendwie clean gemacht. Die Rainbows, die sind bei mir irgendwann halt rausgefallen, wenn ich gesagt habe, hey, das ist mir irgendwie too much so vom... Die sehen auch nicht schön aus. Die haben sie aber jetzt auch rausgenommen. Ja. Jetzt ja nicht mehr. Die sind jetzt gone. Ich find's schade, dass sie es im Englischen nicht gemacht haben. Mhm. Weil ich fand das auch sonst die Idee... Du hast einen Pokéball, das ist normal. Und dann der Master-Ball, das ist ja auch der seltene... Du bekommst ihn einmal pro Spiel in der Regel. So in den alten Spielen zumindest war das ja noch. Das find ich irgendwie an sich auch eine gute Idee, die halt so vom Pokémon-Spiel her auch passt. Weißt du, so von den Games her so kommt. Das fand ich irgendwie ganz geil und schade, dass sie das nicht umgesetzt haben, auch im Englischen. Du hast den einen im Spiel, du hast den einen pro Box gehabt. Genau, genau, das meine ich. Das ist halt so, das fand ich irgendwie eine coole Idee. Und dass du halt potenziell jedes Pokémon, du kannst ja auch jedes Pokémon mit anderen Pokéballen fangen. Also ich find, das könnten sie halt echt so mal auch im Englischen einführen. Wir sind ja jetzt in Scarlet Violet. Was ist so deine Meinung bisher dazu? Wir sind jetzt bei... Was sind das? Vier Sets, die rausgekommen sind bisher schon, oder? Nee, fünf. Entschuldigung, fünf Sets wegen... 1,5,1. Also fünf Sets und das sechste kommt ja schon, das ist ja Paldian Fates. Ja. Das Shiny Treasure EX auf japanisch. Was hältst du so von bisher so dieser ersten, in diesem ersten Jahr Scarlet Violet TCG? Ich glaub, das ist jetzt so ein bisschen kontrovers da meine Meinung, weil ich find's eigentlich ganz gut. Scarlet Violet gefällt mir jetzt persönlich gut. Ich glaub, das Problem, was die meisten Leute haben, ist, dass sie halt einfach keine Verbindung zu den Pokémon, die da drin sind, haben. Ich glaub, wenn du jetzt die Pokémon abfeiern würdest, die du in den Sets siehst, dann wär halt deine Verbindung zu den Sets auch anders. Und für viele ist halt das Problem, dass diese einzelnen Chase-Karten bereits zu günstig geworden sind. Wenn du halt die wertvollste Karte in einem Set hast und die ist irgendwie 50 Franken wert und du zahlst dann 150 für ein Display, dann fehlt vielen halt, glaub ich, der Grund, sich da wirklich eine Box für zu holen. Also das geht ja mehr schon in den finanziellen Bereich, dann find ich schon rein. Aber an sich, von der Gestaltung her, von den Sets, find ich die meisten ganz gut. Wenn wir jetzt aber beim Neuen sind, das find ich halt... Welches Paradox Rift? Äh, nee, das Paradox Rift, das ist tatsächlich mein Lieblings-Set bisher. Echt? Okay, okay. Und 1-5-1 findest du nicht so toll? Doch, ich find 1-5-1, also ich muss dir ehrlich sagen, klar, das gehört zu der Ära, ich zähl's irgendwie nicht so richtig dazu. Okay. Du hast auch schon wie vergessen gehabt, grad eben mit reinzurechnen. Und ich glaub, das ist schon so mental so ein bisschen, weil das ist für mich nicht Scarlet Violet, das ist für mich irgendwie First Era so. Also keine Ahnung, da ist ja nichts von Scarlet Violet mit drin, deswegen als Set an sich fände ich das natürlich schon von der Nostalgie her das beste Set. Aber jetzt so Scarlet Violet auch mit den Pokémon gefällt mir Paradox Rift am besten, ja. Weil wir halt das erste Mal ja auch diese Future und Ancient Pokémon drin haben, also so mit der Mechanik meine ich. Und ich war da echt positiv überrascht von den Karten, also die haben mir super gut gefallen. Ähm, auch diese Ancient und diese... Ich fand Iron Valiant, sieht brutal geil aus. Ja, ja, mega nice. Und eben dieses Ancient Raw oder wie es heißt, weißt du, dieses Brutalanda. Ja, sieht auch böse aus. Brutal. Hab ich in der ersten Box, wo ich für einen geöffnet hatte im Stream, hab ich die grad rausgezogen und da ist mir grad echt die Luzi gegangen. Ich find manchmal auch so ein bisschen, du hast es vorhin gerade erwähnt, für die einen, es ist ja immer so ein bisschen, du kannst ja nie allen recht machen. Aber für die einen ist es so, ja, es gibt keine teuren Chase-Karten, aber umgekehrten Schluss, wenn es zu teure Chase-Karten gibt, ist wieder, ja, das ist nicht gut, es geht doch nur ums Sammeln und nicht ums Geld und so. Ich find das manchmal so ein bisschen schizophren so. Und der Witz an der Sache, so klar, es gibt die, die sind immer standfest, die sagen, ja, es soll eh alles immer günstig sein und die, die sagen, hey, es braucht Value. Aber es gibt dann so die, die immer hin und her hoppen. Das gibt, ja, hast du sicherlich auch schon gemerkt. Und das find ich manchmal sehr, sehr schizophren. Egal wie es ist, es passt ihnen dann nicht, weißt du, wie ich meine. Und so diesen Sweet-Spot wird's eh nie geben. Es wird immer so wellenartig dann ablaufen. Ist ja auch vollkommen in Ordnung so, oder? Also ich denk, die, wo du jetzt ansprichst, ist mir wirklich auch schon massiv aufgefallen. Und das sind lustigerweise die, wo damals gesagt haben, die Chase-Karten sind zu teuer. Das sind die, wo jetzt am schnellsten draußen waren aus dem Hobby wieder. Und wo sich entfernt haben von dem und sind jetzt irgendwo anders, wo sie in dem Sinne potenziell mehr Wert sehen. Wir haben vorhin über Lorkana geredet oder wo jetzt diese, wie heißen die Chase-Karten davon, diese Special-Foils? Boah, ich kann's hier nicht sagen. Enchanted, glaube ich. Enchanted, ja. Ja, das sind so diese Full-Arts im Prinzip. Genau, und die irgendwie 400 Stutz oder sowas gehen und ja, dann holen sie sich jetzt halt Lorkana. Oder irgendwelche anderen Sportkarten oder was weiß ich was. Oder hoppen dann zum nächsten großen Hypetrain sozusagen. Genau. Oder One Piece zum Beispiel. Wobei One Piece, muss ich sagen, ich habe jetzt meine Meinung schon drastisch geändert, mit auch aufgrund wegen dem Live-Action. Ähm, weil ich gesehen habe, wie das den Markt beeinflusst hat. Hast du den gesehen, den Live-Action? Oh ja, ja. Fandest du den geil? Was ist dein Fazit zum Live-Action-One Piece? Also pass auf, ich drehe da auch nochmal ein Stückchen zurück, wenn das okay ist. Okay. Ich habe One Piece bis vor einem Jahr ungefähr, außer dass ich wusste logischerweise, dass es gibt, ich glaube jeder weiß, dass es One Piece gibt, habe ich mit One Piece noch nie was zu tun gehabt. Wirklich? Also ich habe den Anime nicht gesehen, ich habe keinen Manga gelesen. Ähm, dann kam das TCG raus und die Leute wollten One Piece haben. Ich habe gesagt, hey, hör zu Leute, mir kommt es ein bisschen falsch vor. Also ich meine, du weißt ja, ich streame hauptsächlich. Boxen zu öffnen von Charaktern, wo ich keinen Plan habe, wer das ist. So, ich kenne Rufi oder Zorro oder sowas, wusste ich schon, dass es die Charakter gibt oder so. Aber das kam mir so falsch rüber, das irgendwie zu öffnen. Dann habe ich gesagt, hör zu, ich schaue mir jetzt erstmal entspannt den Anime an, gucke, ob der wirklich so gut ist. Und wenn ich den durch habe, was wahrscheinlich zwei, drei Jahre dauert, dann reden wir weiter, oder? Und ich habe jetzt tatsächlich... Sportlich zwei, drei Jahre. Ich habe es mir auch ausgerechnet. Was denkst du, wo ich jetzt bin? Wann hast du angefangen? Ich habe im Juni, ich glaube, jetzt angefangen zu gucken. Diesen Juni? Ja. Vielleicht bei Folge 250 oder so? Soll ich es dir mal live abchecken? Ja. Bist du so dedicated? Hast du so reingesuchtet oder wie? Ich habe schon hart reingesuchtet. Okay, dann 500 bei der Hälfte. Ja, nein, nicht ganz so krass. Okay, so krass war es dann doch auch. So krass bin ich nicht drauf. Wahrscheinlich bin ich weiter, als ich schon denke aktuell. Ich bin auf jeden Fall bei Staffel 6, was ich schon mal ganz krass finde. Und ich bin aktuell... Oh, ist gar nicht so weit entfernt. 433. Okay, aber dann hast du ja stark reingesuchtet, weil das ist jetzt Juni, hast du gesagt. Das sind fünf Monate, das sind 150 Tage. Drei Folgen pro Tag hast du reingesuchtet. Locker, easy, ja. Und wahrscheinlich hast du an ein paar Tagen direkt 6, 7 reingesuchtet, weil du hast dann nicht jeden Tag geguckt, vermutlich. So ist es. Okay, dann hast du echt reingesuchtet. Genau, dann habe ich mir die reingesuchtet und habe gesagt, okay, ich probiere es jetzt mal. Wir machen jetzt mal ein Opening. Damals war, glaube ich, OP 03 oder sowas. Habe ich das geöffnet gehabt, habe ich gesagt, okay, es sind immer noch die ganzen Charakters nicht so geläufelt. Deswegen fühle mich da jetzt nicht so wohl mit. Und dann kamen die Live-Action raus und ich habe mich schon mega drauf gefreut. Oder weil den Arc kannte ich jetzt ja schon, wo dort abgehandelt wird. Und klar, da war natürlich schon viel im Vorne rein, wo drüber geredet wurde. Der Charakter sieht scheiße aus, das läuft nicht so gut und pipapo. Und ich finde, sowas muss man einfach immer super neutral anschauen, weil schlussendlich muss man sich halt auch bewusst sein, dass so eine Live-Action-Serie niemals wieder Anime sein kann. Also no way, du kriegst ja gar nicht die Story-Arc rein. Da muss es Veränderungen geben, da muss abgekürzt werden, da müssen Sachen verändert werden. Oder fette Spoilers kommen. Ja, also I don't know. Also ich weiß jetzt auch nicht, was manche Leute davon halt erwartet haben. Aber ich habe es mir angeguckt, einfach neutral und habe gesagt, okay, ich bewerte jetzt wirklich nur die Live-Action-Serie, so wie ich die empfinde jetzt beim Angucken. Und ich fand sie ziemlich geil, muss ich sagen. Ich muss sagen, sie ist sehr geil gewesen und auch ein Qualitätsmerkmal. Mein Dad hat gar nichts, auch wirklich nichts mit One Piece oder Animes am Hut. Er hat sich's reingezogen und er fand's auch geil. Ja. Und so als, klar, Alter hat nichts zu bedeuten, aber er ist jetzt dieses Jahr 63 geworden. Ja. Oder und er fand's brutal geil. Und er hat wirklich gar nichts mit dem Zeugs am Hut, so mit One Piece und so und Anime und Stuff. Also das finde ich dann auch schon so, okay, wenn du Leute so reinbekommst, sogar die absolut nicht aus dieser Welt oder aus diesem Bereich kommen und sie damit abhypen kannst und sagen, hey, ich würde mir auch die zweite Staffel reingönnen. Das habe ich dann auch gemerkt bei der Nachfrage vom TCG. Nachdem da Live-Action hochgegangen ist, ist die Nachfrage besonders in den ersten, ich sag jetzt mal, zwei, drei, vier Wochen, wo der Live-Action online gegangen ist, auf Netflix massiv gestiegen. Also das siehst du auch beim Suchvolumen, bei Google und so weiter massivst. Und du musst überlegen, wenn, keine Ahnung, hunderttausend neue Leute dieses zum ersten Mal gucken und nur schon 0,5 Prozent davon jetzt sagen, hey, ich gucke mir jetzt auch noch das Trading Card Game. Dann sind das massiv neue Leute, die noch nie dieses Trading Card Game gekauft haben und jetzt mal ein Display kaufen, ein Deck kaufen, whatever kaufen. Und das fand ich schon echt krass, muss ich sagen. Ja. Ich muss das sagen, so diese emotionalste Stelle wahrscheinlich in dem Live-Action, oder, wo da Nami den Hut aufgesetzt bekommt hat, die fand ich fast krass emotionaler in dem Live-Action, als wo ich es im Anime gesehen habe. Und das soll schon was heißen von etwas, wo du irgendwie nur fünf Folgen gesehen hast. Ich muss ehrlich sagen, ich habe für den Live-Action, wir fangen jetzt ja neu an, wir sind bei Folge 80 oder so, deutlich langsamer, als du dich guckst mit meiner Verlugten, der Alexandra. Und wir haben das parallel geguckt. Also wir haben immer geguckt, wie es vom Arco ungefähr ist. Und das heißt, wir haben immer diese Folgen geguckt, die dann auch dann... Okay. Also darum haben wir, es ging dann irgendwie wochenlang. Wir haben, glaube ich, acht Wochen gebraucht für den Live-Action und irgend so was. Weil im Schnitt halt wegen den Anime-Folgen sind wir ein bisschen nachgehinkt und so. Und ich muss sagen, also kann ich bestätigen, fand ich auch. Ich fand aber trotzdem, dass vom Anime natürlich... Muss halt auch bedenken, das ist ja, die Folge ist gefühlt 25 Jahre alt oder irgend so was. Also das heißt, wenn genau diese Folge heute gemacht werden würde, würde die, glaube ich, auch nochmal besser, verstehst du, was ich meine, nochmal krasser irgendwie zur Geltung kommen, weil da einfach mehr Zeit, also weißt du, was ich meine, so reingesteckt werden kann und auch, dass es schöner ausschaut und irgendwie emotionaler rübergebracht wird. Das Pacing zum Beispiel hat sich ja auch verändert, wenn du das jetzt die neuesten Folgen vergleichst mit jetzt irgendwie der in den ersten 100 Folgen ist das Pacing ja völlig anders mittlerweile. Ja, genau. Cool. Aber das heißt, Fazit ist Perle. Ja, ich bin mega happy gewesen, ohne Witz. Also, wie gesagt, vergleichen kannst du es nicht. Ich sehe es als separates Produkt, als separates Zeug zum Konsumieren und dafür fand ich es mega geil. Habe es gefeiert. Freue mich auf die zweite Staffel dann. Ich habe echt ein cooles Gespräch gehabt mit ein paar Stammkunden, mit dem Exxon und seinem Bruder, dem Abi. Grüße gehen raus, wenn Sie zuhören. Wir haben darüber diskutiert, dass sie den Live-Action nicht so fühlen. Sie haben ihn auch nicht fertig geguckt, weil sie halt das Original voll mega Fan sind. Und sie haben dann gesagt, eh, Live-Action bin ich allgemein nicht so der Fan von. Und sie sind aber MCU-Fans. Dann habe ich sie gefragt, was ist denn das MCU genau? Also Marvel Cinematic Universe. Ist doch eigentlich auch ein Live-Action, oder? Ich meine, das Original ist ein Comic und wenn du das richtig nimmst, sind es ja Zeichentrick-Cartoons. Und eigentlich ist das MCU eigentlich auch nur ein Live-Action. Voll. Ja, also ich meine, es gibt ja auch die Cartoons, kamen ja auch früher schon. Die gab es vor all den Filmen und natürlich den Comic als Original, als Pandor zum Manga. Ist doch genau dasselbe, oder? Ja. Ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen eine Einstellungssache. Oder? Ich habe auch das Gefühl. Voll, wo mir mal jemand dann, wo ich eben gesagt habe, ich fühle das mega und ich fand es echt cool. Hat mir auch einer gesagt, das kannst du doch gar nicht beurteilen, du hast doch den Anime nicht zu Ende geguckt. Also ganz ehrlich, ich kann mich als jemand, der den Anime noch gar nie gesehen hat oder noch nie irgendwas von One Piece, ich könnte mir nur die Live-Action anschauen und könnte beurteilen, ob das jetzt gut als Produkt ist jetzt für mich oder nicht. Who cares, wie viel ich davon konsumiert habe bisher so. Ja. Aber eben, das ist glaube ich wirklich so eine Hardliner-Einstellung nachher, wo auch in Ordnung ist, oder? Das soll jedem selber überlassen bleiben, aber wie du sagst, wenn viele Leute das gefühlt haben und du dadurch irgendwie dies geschafft haben, was sie ja haben, dass sie mehr Leute zu ihrem Franchise bringen, für die war das ein absoluter Win und die meisten Leute, denke ich, haben es auch gefeiert, den Live-Action sich reinzuziehen. Ich denke es auch, weil die zweite Staffel ist fix, steht auch bei Netflix jetzt. Ja. Also ich bin schon ein bisschen hyped so auf die zweite Staffel, weil man weiß ja, wo es hingeht so. Ja, was haben wir denn noch so, wie steht es bei dir beim Streaming? Was steht so gerade an, wo geht es hin und was ist so ein bisschen gerade aktuelle große Challenges im Streaming-Bereich? Mega deep, jetzt die Frage, da muss ich jetzt auch wieder so ein bisschen ausholen. Also es gab jetzt bei mir tatsächlich so ein bisschen eine Umstellung, einfach aufgrund dessen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich bin jetzt der Zweifach-Vater bereits geworden, deswegen hier auch Baby-Speck noch ein bisschen angelagert, der ist leider nicht abgefallen wie bei meiner Frau. Und für mich war jetzt halt so ein bisschen der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich habe irgendwie einen kleinen Online-Shop, den ich fühle, ich habe den Stream, wo ich mache, ich habe die Podcasts, wo ich jetzt mache und habe noch x Community-Projekte, wie jetzt die Gamelite, wo ich dir zum Beispiel vorhin gesagt habe, irgendwo muss ich jetzt mal zurückstellen. Und ich denke, man merkt schon, wir haben jetzt so viel Angebot, was Streaming angeht, was Pack-Openings und so weiter angeht. Das ist ja massiv eine Welle, wo jetzt dazu gekommen ist, was immer noch besteht im Vergleich zu, wo ich damals angefangen hatte. Da habe ich gesagt, ich reduziere jetzt einfach für mich halt auf einen Tag und konzentriere mich da halt auf ein paar neue Dinge, wo ich einfach gerade auch ein bisschen mehr Drang habe zu sagen, okay, da will ich mehr Zeit investieren, oder? Sprich Podcasts, Shop, Community-Events und so weiter. Also ich habe mein Streaming eher ein bisschen zurückgefahren, will da viel mehr Qualität dann einfach auf den einen Tag legen, wo ich habe und eben eher noch so ein bisschen andere Projekte verfolgen, die ich halt so ein bisschen für die Zukunft dann halt planen möchte, oder? Wirklich viel mehr auf Live-Events gehen und halt so ein bisschen die Leute so wieder zusammenbringen. Also physisch vor allem. Physisch, ja. Wie viele hast du vorhin gestreamt? Ich habe fix zwei Tage gestreamt und ich hatte immer so meinen dritten Cheat-Day, sage ich jetzt mal, wo ich mal gezockt habe, oder wo ich, keine Ahnung, wenn jetzt mega viele Releases auf einmal gekommen sind, es war ja dann nicht nur Pokémon mehr bei mir, dann habe ich auch Basketball, logischerweise ist es eine Riesenpassion von mir, habe ich dann angefangen, auch mal Basketball-Kärtchen anzubieten, oder dann, wie gesagt, halt Magic jetzt auch angefangen, mit Magic ein bisschen Openings zu machen und so weiter. Da kamen natürlich dann auch mehr Volumen-Releases, die sich überschnitten hatten und hast halt vielleicht auch mal einen dritten Tag einen Box-Break gemacht oder so. Was sagst du zur Release-Schedule von Magic? Die ist ja krank. Ja, das ist wirklich krank, ja. Also ich finde, die ist nicht, also so Yu-Gi-Oh ist gerade auch auf einem ähnlichen Level. Pokémon geht noch, so Pokémon ist voll so, ah, es ist voll überschaubar. Solide vier, fünf Sätze im Jahr. Ja, Digga, es ist absolut überschaubar, aber ohne Witz, Yu-Gi-Oh und Magic, das ist ja aktuell gerade, Alter, das ist ja nicht mehr koscher, oder? Also ich weiß nicht, was ist so deine Sicht auch so als Sammler, Spieler und natürlich auch Streamer insgesamt, also das ist doch nicht normal. Ich finde, als Sammler, du hast ja immer die Wahl. Als Sammler hast du ja wirklich die Wahl zu sagen, okay, ich skip. Ja, aber das ist doch voll scheiße. Natürlich ist es scheiße, aber ich meine, du musst ja auch sehen, so manche Sets werden ja auch einfach nicht gefühlt, oder jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Paradox Riffs kam raus und die Leute schauen sich das Set an und sagen, interessiert mich jetzt nicht, bin jetzt nicht bereit dafür, mein Geld auszugeben, ich schaue mir jetzt eher dann palderen Fates an, da würde ich gerne auch nochmal drauf eingehen, nachher auf das Set. Finde ich es dann auch legitim, halt als Sammler zu sagen, ich skip halt was? Wenn du jetzt sagst, du willst wirklich jedes Set sammeln, dann finde ich den Schedule sehr, sehr tough. Als jetzt jemand wie dich oder im kleinen Rahmen wie mich, wo logischerweise auch die Sets in gewisser Maßen halt einkaufen muss und irgendwie an den Mann bringen muss oder halt auch vorstellen möchte, sich selber anschauen möchte, da ist es natürlich schon sehr, sehr schwierig, weil du hast ja nicht die Wahl zu sagen, ich skip. Nee. Du musst halt einfach annehmen, oder? Das ist halt das Kranke. Also zum Beispiel, Rarity Collection von Yu-Gi-Oh! hast du ja safe mitbekommen, oder? Ja, die hat dieses Mega-Set mit allen Varianten. Jetzt kam zwei Wochen später das neue Set raus, ne? Ja, Digga, also, hä? Und ich mein, Rarity Collection ist echt super gewesen, weil wir hatten viele Kunden, die eigentlich nie Yu-Gi-Oh! kaufen, irgendwie Wind bekommen haben, die haben dann von Pokémon oder von Magic oder von was auch immer einfach random gesagt, hey, dieses Set kaufe ich ein, zwei, drei Displays, whatever. Das ist ein Bomben Yu-Gi-Oh! Set, wirklich, weil, wenn das Wellensteht, legt und Leute aus anderen TCGs dann das einfach random das noch kaufen, weil sie es irgendwie cool finden, auch tryen wollen, dann heißt das was, generell. Ist wie ähnlich beim Lord of the Rings, äh, Magic-Set. Genau dasselbe, da hast du Leute, die nie mit Magic am Hut haben oder von anderen TCGs kommen, doch, ich kauf mal ein Collector's, mal ein Set, mal ein Draft oder so, oder hier dieses Whatever-Set, ja? Aber dann direkt zehn Tage, es waren zehn oder zwölf Tage danach, Digga, Valiant Smashers, und dann kommt das Set raus und es juckt keinen die Bohne, Digga, es juckt, es juckt niemanden, denn niemand hat was davon gehört, niemand weiß was, niemand will was davon wissen und juckt mich nicht. Und das ist halt schon wild. Da habe ich, by the way, das Gefühl zum Beispiel bei Magic auch, das ist vielleicht nur ein Gefühl von mir, vielleicht kannst du mir ja auch nochmal bestätigen, das Doctor Who-Set, das juckt irgendwie auch niemanden. Gefühlt zumindest. Da haben sie auch nur Collector's Display und Commander's Deck gemacht, da haben sie nicht mal mehr Draft und Set rausgehauen. Ja, ich glaube, Doctor Who juckt keinen, weil sich wenig Leute bei uns mit dem Thema Doctor Who identifizieren können. Weil das Set an sich ist echt cool, also es hat sehr, sehr, sehr spielstarke Karten drin, sehr guten Land Cycle, was in Magic halt super wichtig ist, oder dass du gute Länderkarten drin hast, die sind eigentlich meistens so, logischerweise ist eigentlich das Wichtigste in dem Deck, dass du gute Länder drin hast, so. Und es ist ein sehr gutes Set. Ich habe aber auch, ich glaube, drei Collector-Displays davon gekauft. Da hatte ich eigentlich so das Gefühl, ich mache eins für mich auf, zwei biete ich mal an. Und ich glaube, es ging zwei Packs weg. Also schlussendlich habe ich mir drei Displays aufgerupft und war sehr zufrieden mit dem, was ich rausgezogen habe. Aber da ich jetzt auch nicht so der Doctor Who-Fan bin, weil ich das einfach nicht kenne, konnte ich jetzt halt mit den ganzen Doktoren halt überhaupt nichts anfangen. Das sind halt wirklich dann so einzelne Single-Cards, die ich mir rausgepickt habe, wo ich gesagt habe, boah, geil, die ist drin, geil, die ist drin. Ja, ich glaube, in England boomt das Set halt massiv, weil da ist Doctor Who recht beliebt. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Was ich jetzt eher krasser finde, war das Holiday-Set von Herr der Ringe. Weil das heißt Holiday-Set, kam jetzt aber noch vor dem Ixalan-Set raus und halt einfach so random Anfang November. Ich weiß. Das ist so das mit diesen sechs Karten, wo es ein Bild gibt und so. Voll. Und da gab es ja auch ein Collector-Display wieder von. Und das ist ohne Witz ein Bomben-Set. Das ist definitiv geiler, als das wohl im Sommer rausgekommen ist. Aber kein Mensch hat sich das gegönnt. Weißt du warum? Oder weißt du überhaupt davon. Es gibt keinen Ring? Es gibt einen Ring auf 100. Ja, aber Digga, es gibt nicht den einen Ring. Es gibt nicht den Ring. Es gibt nicht den einen Ring. Und darum juckt es niemanden. Ja. Und weil der Release einfach, es gab keine Promo dazu. Kein Mensch hat es mitbekommen. Niemand checkt, dass es ein anderes Set ist. Ja. Ich glaube, niemand checkt, dass es ein anderes Set ist. Ja. Ich habe bis zwei, drei Wochen vor Release, weil ich jetzt nicht so deep im Game bin, und ich halt nur so dann, wenn es mich auch selber interessiert, nochmal richtig einen Deep-Dive mache. Gar nicht gecheckt. Ich dachte, das ist einfach nochmal eine Variante. Das ist so wie bei der Wii U. Ja. So, ich habe damals gecheckt, dass die Wii U eine neue Konsole ist, aber die meisten Menschen haben nicht gecheckt das. Die dachten, die Wii U ist ein Add-on zur Wii. Ja. Das ist so genau das. Ja. Es wurde wirklich schlecht publiziert, auch was da überhaupt drin ist, und ich glaube, die meisten haben gedacht, okay, da kommen Reprints raus. Genau, ich dachte, nehme ich das auch zuerst. Genau, da kommen Reprints raus, und da kommen diese, von dem, es gab ja einen Herr der Ringe Zeichentrickfilm, oder, wo ziemlich schlecht war, also fand ich zumindest, und dass halt diese Artwork-Karten von dem halt drin ist. Und die haben einen Slot für diese Artwork-Karten, und die haben auch Reprints drin, aber die haben halt richtig krasse Bomben auch in dem Set drin. Und, also, wenn man das vergleichen würde, ich würde das tausendmal dem anderen Set vorziehen, vor allen Dingen, weil der Ring ist jetzt ja weg, und die Collector-Displays vom Sommer werden immer noch für 500 Stutzplus irgendwie auf den Markt rausgeschallert, und du kannst die... Da ist halt noch die anderen Ringe drin. Es gibt ja diverse Ringe, die auf... Voll, aber der niedrigst limitierte ist ja hier auf 333, das ist der niedrigst limitierte, und du kriegst hier lauter limitierte Karten auf 100. Also 100 ist... Die haben ja nur 100er limitierte Karten drin. Also eigentlich ist der Chase jetzt viel höher bei dem Set. Ich muss dir aber auch ehrlich sagen, also ich meine, ich bin ja nicht so tief im Herr-der-Ringe-Game drin, also ich meine, ich habe die Filme gesehen und so weiter, aber ich bin jetzt da nicht so der Ultra-Herr-der-Ringe-Experte. Aber wenn ich mir beide Displays nebeneinander anschaue, dann checke ich beim einen Digga direkt, boah, das ist geil, Herr-der-Ringe. Beim zweiten, das jetzt rausgekommen ist, muss ich kurz drüber nachdenken, ich checke es nicht so schnell. Ist voll so. Ist so, und ich meine, ich bin jetzt ja jemand, der von außen eher kommt und jetzt nicht voll tief drin ist, jetzt bei Herr-der-Ringe speziell, und dann merke, okay, mhm, so wird das den meisten Leuten noch schlimmer gehen. Die werden es gar nicht checken, dass es überhaupt ein Herr-der-Ringe-Set ist. Ne, wenn du dich damit nicht befasst, irgendwie... Beim ersten eben schon, da checkst du es sofort, alleine schon nur vom Cover und wie es ausschaut. Ja, genau, ja, also du siehst es instantly, oder? Das ist, glaube ich, so der Big Difference, habe ich das Gefühl. Guck nicht weg von dem Set. Also ich, wir haben es. Guck nicht weg davon, also mach mal, wenn du Bock hast, mach mal eins auf, von mir aus rupfen wir nachher eins zusammen oder so. Ich muss dir ehrlich sagen, ich finde es schade, also ich bin ja nicht so, also bei Magic bin ich gar nicht der Fan von Collector's Display, ich finde das so schade, also ich fände es viel geiler, wenn du wie bei Pokémon ein Display hast, oder auch bei Yu-Gi-Oh! so, wo du alles drin haben kannst, nur sind dann einfach halt diese speziellen Artwork-Karten einfach hyper selten. Ja, ja klar. Ich fände das viel geiler, aber so macht Hasbro natürlich dann nicht so viel Cash, wie sie so machen. Das verstehe ich. Also ich verstehe beide Seiten, aber so ich persönlich würde es nicer finden, wenn sie so wie Pokémon oder ähnlich wie Pokémon machen, weil ich finde, die haben einen Sweet-Spot erreicht. Ja, wobei, da musst du ja so ein bisschen widersprechen bei Pokémon, weil du hast ja die unterschiedlichen Collection-Boxen, die unnötig sind eigentlich. Nee, nee, es geht mir um das Set, also um die Packs. Voll, also du kannst bei Pokémon, egal was du dir kaufst, du kannst alle Karten theoretisch rausziehen. Das meine ich, mir geht's nur um das. Also das Prinzip finde ich nice, aber bei Yu-Gi-Oh! ist es nämlich auch genau so. Ja. Und ich finde das halt weird, so weißt du, stell dir vor, so alle Secret Rares sind nur im Collector's Paradox Rift Display und alle anderen so Garbage-Karten zum Spielen, die nicht so viel Wert haben, sind in anderen Displays drin, so weißt du. Also das finde ich weird, ich kann dir das nicht so erklären, ich finde das einfach weird. Ich finde es auch, also ich finde es an sich, finde ich es auch blöd, oder? Ich meine, du hast aber zumindest die Option, jetzt da halt zu sagen, okay, und ich meine, das ist immer noch nicht günstig, ich gebe halt dann weniger Geld aus und ich habe trotzdem meine spielbaren Karten halt. Wenn ich jetzt wirklich mir hauptsächlich drum gehe zu spielen, dann kaufst du dir halt einfach echt kein Collector Display, oder? Wenn du halt so ein Dude bist wie ich, der sagt, boah, es muss glitzern und ich will diese Chains, dann hast du halt echt ein Problem oder so. Und das verstehe ich auch und das finde ich genauso wie du und ich finde, das sollte überall eigentlich so einheitlich sein. Mich stört es bei Pokémon jetzt wiederum so, dass wir wirklich diese, keine Ahnung, jetzt kam eben dieses Shining Paldea Fates wurde angekündigt. Du hast irgendwie wieder zehn verschiedene Boxen. Wieso brauchst du zehn verschiedene Boxen? Wenn du die Promos alle haben willst, dann wieder kaufst du sie dir alle auf dem sekundären Markt oder du musst halt jede einzelne Box hier nachher rauspicken. Das triggert mich auch so ein bisschen. Macht es doch wie in Japan auch, macht euer Display und von mir aus irgendwie ein Promoprodukt und that's it. Finde ich viel geiler. Das finde ich ähnlich, weil wenn du wirklich wieder alles haben willst, musst du dir da auch theoretisch alles kaufen. Oder die Leute machen ihre Sealed Collection und du gehst zu denen nach Hause und ein Regal voll ist nur von einem Set, weil sie einfach irgendwie 20 Boxen haben müssen und sagen sie, hey, ich will aber noch ein Set, wo ich den potenziell mal halten kann, das andere verkaufen. Dann haben sie zwei Schränke voll mit irgendwelchen Pokémon-Protektionen. Da muss man aber fairerweise sagen, ich finde das an sich, also so Magic hat das ja gar nicht zum Beispiel. Magic macht so diese japanische Schiene im Prinzip. Also Magic, Englisch oder auch Deutsch ist so, so funktioniert der japanische Markt. Meiner Meinung nach, generell. Bei Yu-Gi-Oh! By the way auch. Yu-Gi-Oh! Ist auch sehr ähnlich. Also sie haben jetzt angefangen mit diesen Tuck-Boxen das erste Mal mit diesem neuen Set. Da sind irgendwie drei Packs drin pro Box. Das finde ich absolut weird. So unnötig finde ich. Aber hey, so ist es halt. Sie tryen halt neue Dinge aus. So bei Pokémon finde ich, ich finde es eigentlich noch ganz geil, muss ich ehrlich sagen. Weil ich finde viele dieser Boxen, auch mit der Zeit, die haben so ihren Charme. Weil du siehst so von der Verpackung her, okay, hey, das war die EX-Ära. Hey, das war die Black & White-Ära. Hey, das war Hard, Gold, Soul, Silver. Da hat sich die Packung verändert. Und auch der Design, die Schrift. Und es ist wie so, du siehst auch, wie sich Verpackungen, vielleicht nicht von der Dimension, die sind immer quadratisch generell, es gibt auch Ausnahmen. Aber du siehst auch so, wie sich der Style über die Jahrzehnte verändert und wie sich Verpackungen verändern. Das siehst du halt bei den Displays nicht, weil Displays sind immer, die waren schon immer so, wie sie sind. Klar ist das Wrapping ein bisschen anders, aber Displays sind, wie sie sind. Die Displays. Ich finde das eigentlich noch ganz, ganz geil und es macht auch was her. Ja, klar gibt es, vielleicht kann man diskutieren, gewisse Tints, wo du denkst, boah, absoluter Schmutz. Aber überleg mal in zehn Jahren, wenn du eine Hidden Fates Tin vor dir hast, in zehn Jahren. Das ist das Ding 15 Jahre oder 16 Jahre alt. Das hat nochmal einen ganz anderen Charme. Und überleg mal, die, die jetzt mit fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn das erste Mal Hidden Fates gerippt haben, nachher 25 sind und die gucken sich eine Hidden Fates Tin an. Boah, geil. Oder eine Hidden Fates ETB. Da ist nochmal so ein... Also ich merke das ja auch bei den Tints, bei Yu-Gi-Oh! Bei Pokémon, wenn ich die Tints von meiner Kindheit nochmal sehe oder auch irgendwelche Giftboxen. Das ist gerade nochmal ein anderer Effekt, als wenn ich nur das Display sehe. Weil du hast diese Promokarte schön in der Mitte, du siehst sie auch, es ist in einem Clear-Through-Plastik. Ich finde, das ist schön hergerichtet und es macht sich auch so richtig an der Wand oder in einer Vitrine oder so. Weil so ein Display generell auch schön ausschaut, muss ich ehrlich sagen. Aber ich finde, solche Giftboxen oder Tints, die sehen oftmals viel geiler aus in einem Regal oder in einer Vitrine, muss ich ehrlich sagen. Ja, doch, den Punkt fühle ich schon auch. Vor allem sind sie groß. Du kannst hier, es ist wie ein Bild, ein 3D-Bild, was du an die Wand hängen kannst. Ja, nee, das fühle ich schon auch. Das einzige Problem ist halt jetzt zum Beispiel, wir wohnen in einer kleinen Bude, warst du ja auch schon bei mir gewesen. Wo stellst du das Zeug dann halt irgendwann mal hin, gell? Entweder steht es bei dir im Keller oder du tust dann halt immer mal wieder was Neues raus und dann freust du dich mal wieder dran, wenn du aus deiner Kiste das irgendwann rausziehst. Du brauchst natürlich auch den Platz, um das irgendwie zu feiern, dieses Artwork, von dem du gerade redest, oder? Wenn du den halt nicht hast und ich glaube, der Autonormalsammler hat das halt auch einfach nicht, dann bist du dem halt irgendwie anderweitig halt ausgeliefert, zu sagen, okay, ich muss halt eher reduzieren, oder? Und was machst du damit? Entweder landest du in der Kiste oder du verkaufst es halt so. Und das, was ich auch noch einen Vorteil finde, wo ich jetzt nicht angesprochen habe, ist halt, wenn du jetzt sagst, du kaufst eine Minitin und du bist ein Kid oder hast 10 Franken über und kaufst dir eine Minitin, das ist halt cool, oder? Dass du da halt zumindest für unterschiedliche Klassen von Sammlern nochmal ein Angebot haben kannst, dass du sagst, ich muss jetzt keine 100, 150 Franken ausgeben oder muss jetzt ein einzelnes Päckchen rausnehmen aus einer Boosterbox und hab da schon ein schön verpacktes Produkt. Das seh ich schon auch noch dann auf jeden Fall. Zum Glück sammelst du kein Lego. Hast du dir die Lego Collection von dem aus Uster gekauft? Nee. Nee, die Liquidation meinst du? Ich hab da auch an dich gedacht, weil Uster. Nee, ich muss ehrlich sagen, ich hab ein paar Auktionen verfolgt, hab's dann aber verpasst, weil ich in dieser Woche so busy gewesen bin. Ich bin jetzt die letzten drei, vier Wochen eigentlich permanent am Durcharbeiten, immer zwölf Stunden pro Tag ohne Wochenende. Und dann komm ich noch vorbei. Das kommt noch dazu, also ich bin meistens so bis zehn Uhr, zwölf Uhr, so irgendwas in dem Bereich im Büro und komm meistens um zehn Uhr morgens oder so. Also bin dann halt eigentlich im Prinzip zwölf, ja um die zwölf Stunden im Schnitt im Büro. Von Montag bis Freitag, nee am Samstag bin ich noch im Store mit Amazing Toys, aber ansonsten hab ich immer im Büro. Und nee, das hab ich dann tatsächlich, ich hab's Tabs offen gehabt, aber dann verpasst um irgendwie einen Tag oder so, weil ich hatte ein paar Bionicles, die ich wollte. Ähm, und die hab ich dann verkackt leider, so. Und noch ein paar andere Kleinigkeiten, ähm, aber ja, das ist halt auch eine heftige Sammlung gewesen, da gab's wirklich einige geile Gems. Und ja, Lego ist halt auch sehr platzintensiv. Ich würd sogar behaupten, platzintensiver als Pokémon. Also massiv platzintensiver. Auf jeden Fall, ne. Also ich kann dir sagen, äh, auch wenn diese Giftboxen und was weiß ich groß sind, aber der Welt, also Lego ist noch krasser vom Volumen her, wenn du rein auf den Value sogar gehst. Also so ein Kubikmeter Lego kann durchaus oder ist je nach Konstellation teilweise das Zehnfache weniger wert als ein Kubikmeter Trading Cards. Das ist locker so. Und dann musst du dir halt überlegen, hey, ich hab jetzt eine Collection, die 3000 Franken in Trading Cards ist, die passt in den Binder, ja, ist durchaus möglich. Und eine Collection Lego, 3000 Franken, Digga, da hab ich ein ganzes Redouis oder einen Keller voll gefühlt, weißt du. Das ist halt schon ein Big Difference, find ich persönlich. Ja, ich hab tatsächlich mal per Zufall in einem Store einen Vater kennengelernt, der immer mit seinem Kind sozusagen die Lego-Sets, die das Kind gefeiert hat, hat er sich auch gekauft, hat er mit dem Sohn geöffnet und sich selber sealed irgendwie hingestellt und hat aber auch echt einen eigenen Lagerraum sich dafür gemietet. Jetzt für das Lego und der hat dann auch angefangen, halt auch Sealed Cases von Pokémon stuffed und sich halt auch noch zu holen, gell? Wann hat er das gemacht? Schon länger her oder erst gerade kürzlich? Nee, ich glaub, der hat, also schon länger. Der hat, glaub ich, irgendwelche Zeugs schon aus der Platin-Ära und so hat der schon gehabt. Also der hat wahrscheinlich genau so einen Lagerraum, wie du jetzt hier hast und nachher irgendwie bei sich zu Hause rumstehen. Also schon halt auch krass, ne? Wenn du es dir leisten kannst, erst mal das Zeug zu halten und auch dir den Raum zusätzlich halt zu finanzieren. Also ich wäre wahrscheinlich auch so jemand, so je nachdem halt, was für Spielzeug es ist, so wenn ich dann Kinder habe, so kann ich mir auch schon vorstellen, so ja komm, einmal aus Prinzip immer zweimal kaufen, einmal, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht direkt in Bezug zu dem Spielzeug hätte, so kann ich mir halt schon echt vorstellen. Ich kann es mir leider auch gut vorstellen. Und dann denkst du dir halt einfach so, okay, und wenn es dann nachher keinen Wert mehr hat, so, dann weißt du einfach, du kannst es deinem Kind oder deinen Kindern nachher geben, wenn sie 30 oder so sind, dann denkst du, boah geil, zum Glück hat mein Dad das gemacht, voll die Nostalgie, Alter, holy shit. So weißt du? Der Chase von der Paw Patrol noch nie mitzustandet. Ja, genau, Paw Patrol, solche Geschichten, das kann ich mir halt echt vorstellen. So weißt du? Oder, boah, mit dem habe ich gespielt, aber das ist noch Sealed. Dann siehst du so, in 30, 40 Jahren siehst du in Vitrinen so Paw Patrol Sealed Produkte oder irgendein Nintendo Switch Game Paw Patrol, ja, das ist gegradet bei Vata oder VGC oder keine Ahnung, stell dir mal vor. Das ist geil. Ja eben, da bin ich leider halt auch empfänglich danach dafür oder so. Das ist schon geil. Aber das verbindest du denn ja wieder mit was. Wie gesagt, wenn das je floppen würde, jetzt für dich rein finanziell gesehen, hättest du ja trotzdem eine coole Erinnerung. Ich würde es ja denken, das ist ja dann für die Kinder am Ende des Tages. Dass die dann nochmal die Nostalgie, falls es teurer wäre, günstig erleben können oder dann halt selber verkaufen können und dann halt, keine Ahnung, was auch immer sie damit machen wollen. Also ich wäre glaube ich auch sehr, sehr heikel, sehr heikel bei mir, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir auch letztens, da war ich, das war glaube ich letzten Dezember, also jetzt nicht, wir haben jetzt ja noch November, wo wir aufnehmen, aber letzten Dezember bin ich mit meinem Dad im Franz K. Weber gewesen. Die haben ja so neue Beyblades und so Bakugans und so gehabt. Digga. Unter dem Vorwand Research, ja, Spielzeug Research. Einfach so, kennst du die großen Franz K. Weber Säcke? Also es gibt auch diese ganz großen Säcke, wo du eigentlich auch riesiges Spielzeug reintun kannst. Ich bin mit so einem Sack rausgelaufen mit Beyblades, so die neuen, das war glaube ich Beyblade Burst oder irgendein anderes und die neuen Bakugans und ich habe das nicht geöffnet, weißt du, Research und weißt du, so gucken, was gibt es für Möglichkeiten und ja, so hat ich mir, aber hey, bin dann nachher mit 400 Franken weniger rausgelaufen und hat einen fetten Sack Beyblade Sealed und Bakugans, weil ich halt damit auch als Kind gespielt habe und auch mich interessiert hat, so was gibt es so an neuen Beyblades und es gab dann auch so Beyblades auf Retro gemacht, wo halt das Bitbeast von damals drauf gewesen ist, weißt du, so, sie haben dann so auch, also auch die Ringe, das war angelehnt auf die Ringe von der ersten Generation, so mit dem Tai, Kai und den anderen Boys, so. Gott, ich weiß nicht, wir haben uns damals diese, es gab doch so eine Plastik-Arena, wo du die kaufen konntest und die haben wir uns extra für einen Schulhof, hat die mein einer Kollege, der war dann halt der Babbo, der hat sich diese Plastik-Arena gekauft und der Typ hat sich dann auch immer aus China solche Stahlringe gekauft, dem sein Beyblade, den hast du nirgendwo hingekriegt, ey, das war einfach ein Monster. Der hat dich zerbumst. Ja, das war ein Monster, dem sein Beyblade. Bernhard, Grüße gehen raus, dass du dir das reinziehst. Nee, aber ich muss ehrlich sagen, ich wäre sehr anfällig auch für das und ist auch cool irgendwie, weil dann kannst du so vielleicht dann auch so ein paar Hobbys mit den Kindern sharen. Ich sehe das ja auch immer wieder im Store so, wenn, das finde ich dann manchmal auch krass, so, wenn die Eltern mehr dedicated sind bei der Pokémon-Sammlung als die Kinder, das ist auch immer ganz putzig. Ich muss das sagen, ich meine, ich sitze jetzt nicht umsonst hier mit so einem geilen Pulli oder und dann, wie du sagst, im November ist schon nicht mal Dezember. Ich fühle das auch, oder wenn wir jetzt bei der Paw Patrol sind, die machen das schon nicht dumm. Also die Serie ist schon, ich gucke das auch gerne mit dem Leon an, also mit meinem Großen jetzt, oder? Ich finde das auch geil. Also dann hat er so seine kleinen Figürchen, ich spiele auch gerne mit ihm mit den Figürchen. Das ist schon sowas, was, da sind wir Männer halt einfach noch so ein bisschen spielerischer irgendwie aktiv. Da ist noch zu viel Kind wahrscheinlich bei uns im Kopf und nicht mehr raus kann so oft und da kannst du dich einfach austoben lassen und dann ist doch geil, wenn du sowas, mein Traum wäre wirklich, wenn der Leon irgendwann mal mit mir irgendwie was sammelt oder mit mir mal zockt am PC oder sowas, das wäre so mein absoluter Traum. Jetzt kommen wir noch zum anderen Punkt. Du hast sicher irgendwelche Holy Grails in deiner Sammlung und ich definiere Holy Grail zum ersten Mal Kategorie und das ist so die spannendste, finde ich, Nostalgie. Also sprich, das ist so das nostalgischste Ding überhaupt in deiner Collection, wo du sagst, das ist das geilste ever. Preislich völlig egal. Und dann aber auch natürlich müssen wir auch beim Value bleiben. Was ist so deine Price Possession, wenn wir auf den Value gehen? Und dann haben wir noch eine Kategorie Crazy. Irgendein Collection Piece, wo du denkst, das ist einfach wild crazy, das haben vielleicht auch wenige und das ist auch ein bisschen skurril. Holy moly. Also ich denke jetzt rein, Nostalgie, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das schon in unserem letzten Podcast damals angesprochen hatte, aber du kannst dich natürlich entsinnen, dass es damals zum ersten Pokémon-Movie-Film die Dragonite-Karte als Promo gab. Ja, die mit falsch geschrieben. Genau, wo jeder gedacht hat, das ist doch ein Fake und das hat der Kinobesitzer selber gezeichnet oder so. Zumindest haben wir das damals gedacht. Und mein bester Kollege, der Dominik, der war natürlich schlauer als ich und er hat seine ganzen Pokémon-Karten aufbehalten, unter anderem die Dragonite-Promo damals aus dem Kino. Und er hat mir die vermacht, die Dragonite, oder? Und das ist für mich so, wirklich so was dieses nostalgische Feeling angeht, weil ich war damals mit ihm in einem Kinofilm zusammen mit seinem Onkel, der hat sich die ganzen Pokémon-Stuff und so mit uns damals reingezogen und die ganzen Kinderkinofilme. Wir waren zusammen in dem Kino, er hat mir diese Dragonite-Karte vermacht, wo wir gedacht haben, die ist einfach Fake. Und das ist so definitiv so mein sentimentalstes eben Nostalgie-Kick-Train-Item, wo ich jetzt so zu Hause habe, was so zu Sammelkarten halt angeht. Ja, Priced, das weiß ich auch. Das sind auf jeden Fall die Luigi und die Pikachu-Boxen, da habe ich die neulich auch mal drauf angeschrieben. Genau, die sind noch sealed, ich weiß gerade gar nicht, für was die aktuell gehen, aber die sind auf jeden Fall im fünfstelligen Bereich. Fünfstellig, aber zusammen oder separat? Zusammen, ja, nee, nicht zusammen. Also je vierstellig. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich geguckt habe, aber ich meine, es schwankt ja auch ständig, waren sie irgendwie beide. Aber auf jeden Fall vierstellig pro Box. Ja, ich glaube, die waren beide für 12K oder sowas. Zusammen als Set. Zusammen als Set. Krass. Das ist für mich schon echt crazy, dass ich sowas halt besitze. Und so verrücktes Item, hey, das ist echt eine krasse Frage. Ich weiß, sowas ausgefallen ist, was keiner besitzt. Boah. Oder irgendwas. Nee, ich hab was, pass auf. Aber das hat jetzt nichts wirklich damit zu tun, dass ich es jetzt gesammelt habe, aber das habe ich noch in der Sammlung. Und das habe ich auch ab und zu im Stream an. Wir hatten jetzt ja die Möglichkeit, mit Disney 100 zum Beispiel ein richtig cooles Disney-Set mal zu öffnen jetzt beim Jubiläum. Ich habe noch damals vom Disneyland in Florida, wo wir 1993 waren, habe ich noch meinen Mickey-Maus-Hut. Und den kick ich mir dann schon ab und zu mal auf den Kopf, wenn ich mal ein Disney-Set... Ist auch ein Collectible so gesehen. Ist ein Collectible. Kann man schon sagen. Ja, der fällt halt an allen Ecken auseinander, aber den habe ich mir damals gewünscht. Den habe ich bekommen. Zudem gab es damals noch von Barbie einen Aladdin mit einem Affen dabei. Den habe ich leider nicht mehr. Und die zwei Items habe ich damals aus den USA mitnehmen dürfen. Und eben den Disney-Hut, den habe ich noch. Ich glaube, das ist so ein bisschen so... Das fällt mir spontan so als Crazy-Item auf. Nice. Aber ich merke, du bist tief im Pokémon-Game drin. Weil zwei dieser Kategorien waren jetzt im Pokémon-Game drin. Safe. Ja, klar. Der Pokémon ist schon mein Steckenpferd auf jeden Fall, ja. Geil. Ich muss sagen, so... Bei den Crazy-Collectible-Items, ich finde das immer spannend, weil das kann ja so divers sein. Weißt du? Weil da kriegst du dann die Leute weg von diesen Standard-Trading-Kart-Games. Oder irgendwie Standard-Säuer-Pokémon-Nugio-Magic. So, da kriegst du die Leute so ein bisschen weg. Und das fühle ich immer so zu hören. Okay, was ist es denn? Bei dir jetzt eigentlich ein Kleidungsstück im Prinzip, oder? Kann man das sagen? Oder ein Accessoire oder so? Ja, es ist wirklich eine Cappy. Oder es ist wirklich ein Cappy mit so Ohren oder nicht? Mit so Ohren dran. Der eine fällt schon halb ab und die Nase vorne fällt halb ab. Und was ich auch noch Cooles habe, das habe ich auch von meinem Kollegen oder von Dominik von Macht bekommen, der hatte damals so einen XXL-Plüsch von Gengar. Und das ist so ein bisschen mein Maskottchen, den hast du auch schon gesehen, glaube ich. Der hockt bei mir auch hinten auf der Vitrine drauf. Jetzt nicht super crazy, aber ist schon auch noch geil einfach. So ein uraltes Kuscheltier, mit dem wir, keine Ahnung, was für Sachen wahrscheinlich damals in der Jugend angestellt haben. Ich weiß nicht, was mit dem Gengar passiert ist. Aber der liegt da halb vergammelt bei mir noch hinten auf der Vitrine drauf. Der ist auch noch ganz geil. Geil. Wenn wir auch so ein Roundup jetzt machen. Wir sind jetzt von vielen Themen hin und her gesprungen. Wir hatten es von, ich sehe die Schnürsenkel. Ich habe die auch. Also ich habe sie jetzt nicht an, aber ich habe die auch. Das sind die mit dem Shiggy. Squirtle Squirt, ja. So beiden. Wo hast du die geholt? Und ich sage mir die Sockenfreunde was. Ja, haben die das officially, weil ich habe meine von Wish. Okay. Ich habe meine. Die haben sie wahrscheinlich von Wish gesnackt und haben sie verkauft. Die haben die auf der Karcho Swiss, haben die die dabei gehabt. Ich habe die gesehen. Die haben, glaube ich, noch Glumanda Socken oder Pikachu Socken oder Schnürsenkel oder sowas dabei. Und Squirtle ist halt mein Lieblingsstarter von der ersten Generation. Ich habe die gesehen und habe gesagt, die sind so babbo. Und dann zu so weißen Nikes. Es sieht schon sick aus, oder? Das ist auch der Grund, warum wir beim Eingang bei uns im Store, beim Amazing Toys, genau dieses Squirtle Squirt dort haben. Das ist auch das Shiggy mit der Flexed Out Zone. Es ist so geil. Also das ist auch eine der geilsten Folgen. Da erinnere ich mich immer zurück. Das ist eine Folge, die so hängen geblieben ist. Weißt du, klar gibt es, wenn du es wieder siehst, dann ah, du erinnerst dich wieder. Aber das ist so eine Folge, da erinnerst du dich immer wieder so zurück, weil es halt so distinktiv so ein Difference hatte. Weißt du, wie ich meine? Also für mich zumindest. Und auch diese, weißt du, diese Sticker von der Series One von Pokémon. Oh ja, diese Art, diese quadratischen. Und da gibt es ja auch die, wo so dieses Gold foliert außenrum hat. Super. Wo der ganze Squirtle Squad drauf ist mit ihrem Feuerwehranzug noch. Und wo sie ihre Feuerwehrplakette da hochhalten. Es ist einfach geil. Ich feiere das so. Fun Fact. Ich und mein Dad versuchen ja dieses Set zu kompletieren. Und es ist krank. Nur mit aufmachen. Ich habe es geschafft jetzt. Wie viel hast du aufgemacht? Also einfach so, dass wir uns verstehen. Wir haben schon safe, safe ein ganzes Case geöffnet. Und wir haben es immer noch nicht komplett. Wie viel sind in einem Case drin? Ich glaube 20 oder 24. Also da hatte ich Glück. Ich habe vielleicht maximal 6 habe ich aufgemacht. No way, das ist unmöglich. Bist du sicher, dass du alle Goldkarten und alle Silberkarten... Wobei ich dazu sagen muss, ich habe mir glaube, 3 Stück oder 4 habe ich mir ertradet noch. Weil es sind irgendwie 20 Goldkarten und von den Silbernen hast du auch irgendwie 30 oder so. Weil das Hauptset hast du. Das Hauptset haben wir schon mehrmals, mehrfach komplett. Das ist ja das ohne Fall. Aber das mit den Gold, das war so schwierig zum das kompletieren. Das ist richtig krank. Ich hatte das, ein Kollege von mir und ich damals, der hatte mich angehauen und hat gesagt, hey, ich hätte mega Bock das Set zu starten, hast du Lust mitzumachen? Und ich so, hm, ja, eigentlich schon. Ich habe das Album damals auch gehabt, oder? Und dann haben wir das aus den Niederlanden bestellt auf Ebay. Und wir haben diese Bücher noch recht günstig gekriegt. Ich glaube irgendwie für 25 Franken das Stück oder sowas. Ich fand ja eigentlich noch recht solide den Preis. Auch noch wirklich gesielt und so. Und dann habe ich eben im Stream angefangen, wie so eine Kanalbelohnung das einzustellen, halt Sticker zu öffnen, oder? Und der Gianluca, den kennst du ja auch, Side of Omens, genau. Der hat mir immer mal wieder auch so eine Box zugeschickt. Und ich, also, ich will jetzt wirklich nicht lügen, aber ich glaube nicht, dass es mehr als sechs, sieben Boxen waren, wo ich geöffnet habe. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass es mehr war. Und dann hatte ich eben noch mit einem aus der Community, habe ich gesagt, shit, jetzt fehlt mir noch, ich glaube, das Relaxo, Voltoball. Also die Goldkarten, oder? Genau, und noch irgendeine. Und dann hat er gesagt, ich habe die. Und ich so, ja, hast du Bock zu traden und so. Und dann haben wir halt getradet. Und dann, also ich bin komplett, der Kollege, dem fehlen noch ein paar, weil er gesagt hat, ich soll zuerst kompletieren und dann seinsfertig machen. Aber bei ihm fehlt, glaube ich, schon noch ziemlich die Hälfte oder so, würde ich sagen, von den Goldenen. Alter, dann haben wir einfach so Pech. Es ist unglaublich. Ich habe da echt Pech gehabt, ja. Also, weil wir haben schon so viel, weil wir machen das ja immer auf, auch für die Kunden, so weißt du, dann schicken wir so die, die Doppelten, eigentlich alle verschenken wir alle, so die Doppelten und wir versuchen schon seit sicher über einem Jahr oder fast zwei Jahren, weil wir machen ja nicht alles aufs Mal auf. Aber wir haben schon sicherlich ein Case durchgerippt, halt über die letzten zwei Jahre ungefähr, weil wir verschicken das ja kostenlos, also, weißt du, so die einzelnen Stickers. Und das ist halt echt wild. Also, wenn wir das mal irgendwann schaffen, es ist übrigens auch gar nicht so günstig, das komplette Set. Wenn du es ungeklebt hast, habe ich es schon auf Ebay gesehen, für ein paar hundert Tacken, das Komplette Set. Also, es ist gar nicht so günstig tatsächlich. Da haben wir noch eine Rückfrage. Lässt du die graden? Kann man. Nee, nee, sicher. Ah, du meinst alle? Nö, no way. Wenn überhaupt, habe ich gesehen, das, was sich lohnt, ist das Glurak, also das Non-Holo. Und bei diesen Gold- und Silberstickern müsstest du halt gucken. Aber nee. Gäng doch vielleicht, ja. Ja, aber nee, die lasse ich nicht graden, nee. Wir haben das jetzt sauber, also nicht mal eingekrebt, sondern wir wollen es einfach komplett so. Und dann kann man sich immer noch überlegen, in den Sleeve und in den Binder reinpacken. Und dann hast du halt also diese vor-, also diese zwölfseitigen Binder. Und dann halt schön, dann hast du es so in den Binder. Das finde ich eigentlich am Geisten. Sweet. Nee, wir haben sie echt eingeklebt, straight up. Scheiße. Hallo? Wir sind gerade im Podcast. Wir sind gerade im Podcast. Wir gehören dich. Okay. Ich hallo-sacke. Hallo. Tschüss. Kann man drin lassen, oder? Ja, easy. Ich hatte eine geile Episode gemacht. Da kam Melli mit den Kindern nach Hause. Sie war unten im Keller. Und Leon hat es irgendwie geschafft, die Treppe hochzukommen. Auf einmal klopft es an der Tür und ich schon so, no, was ist los? Und Leon draußen, Papi, Papi, Papi. Nicht ihn halt knallhart ignoriert, gell, versucht weiterzumachen. Auf einmal kommt er rein. Und er dann auch nur irgendwie da gesessen, nicht sehr gut, kommt dann sitzt jetzt halt als Special Guest noch dazu. Dann saß er so da und hat noch irgendwie mit so auch einem Paw Patrol Spielzeug oder so was, glaube ich, rumgespielt. Und dann hatten wir gerade abgetreten und dann war fertig und dann sagt er, Papi, Kaki gemacht. Das war das letzte. Hast du es drin gelassen im Podcast? Nee, ich hab's raus. Wieso? Das wäre doch genial. Es wäre lustig gewesen, so als Ding am Anfang oder so. Ja, genau. Also Papi, Kaki gemacht, aber nee, ich hab gedacht, ich nehm das raus. Aber es ist mega herzig, ey, wenn er da reinkommt und da saß er da als Special Guest im Podcast noch mal drin. Wir waren eigentlich beim Roundup, wo wir abgeschweift sind. Und eben die Schnürsenkel. Der Roundup, wie schaut's aus, was kommt so bei dir gerade aktuell, du meintest, viel Umstrukturierung zeitlich, ein Tag die Woche streamen, mehr Qualität. Gibt's konkretere Projekte oder konkretere Dinge, wo du sagst, hey, das kommt jetzt aufs neue Jahr mit neuen Vorsätzen und neuen Projekten? Ja, also diese Game Night, wo ich angesprochen hatte, oder wo ich so ein bisschen wirklich Leute... Diese 24 Stunden. Ja, es muss nicht 24 Stunden sein, oder? Aber dieses wirklich zusammenkommen und zusammen zocken und ein Bierchen trinken und eine Pizza bestellen und so. Und das halt in XXL nicht so für zu Hause, sondern wirklich, dass du auch mal die Möglichkeit hast, gegen dich mal Yu-Gi-Oh zu zocken oder so. Jetzt haben wir Leute Yu-Gi-Oh gezockt oder auch ein paar Lorcaner oder sowas dann nachher mitgebracht und so. Die Möglichkeit halt mal so ein bisschen auszuprobieren, noch andere TCGs zusammen zu hocken, abzuhängen. Das würde ich schon gerne vielleicht viermal im Jahr so im Größeren aufbauen. und was noch so ein Ding wäre, wo vielleicht ein bisschen weiter in der Ferne liegt als ein Jahr, weil ich einfach mir... Ich bin jetzt nicht so der krasse Planer, würde ich jetzt mal sagen. Ich bin da nicht so das krasse Brain oder so. Aber was ich mega gerne machen würde, wäre, weil wir haben jetzt eine Kart schon eine coole auf die Beine gestellt. Karts for Kids. Eine Kart schon zu machen, wirklich nur für Kinder. Also wo der Fokus eigentlich drin liegt zu sagen, du bringst eher mal Kinder so ein bisschen mehr wieder ans Hobby dran. Dann zeigst du denen vielleicht auch mal so Basics oder wie behandelst du deine Karten? Weil ich meine, das erlebst du ja immer noch, dass sie mit ihren kleinen Heftern vorbeikommen, wo die Karten schon 50 Mal über den Kiesplatz gestreift wurden und so. Dass man so ein paar Basics denen mal beibringt und die vielleicht so ein bisschen auch ans TCG-Spielen ranführt und so. Das fände ich mega geil. Das habe ich schon länger im Kopf, sowas mal zu machen. Also das ist halt wirklich die Frage, wie man das halt, wie soll ich das sagen, wie man das kommuniziert und wie man das anpreist, dass halt wirklich dann auch wer kommt. Wenn uns Erwachsene, klar kannst du über Instagram und so weiter, kannst du sie herbringen und das wäre jetzt natürlich nicht so ein vielleicht finanziell lukratives Ding, sondern eher so ein bisschen generationsübergreifendes Thema, was ja schlussendlich trotzdem für uns alle wichtig ist, wenn du wieder ein bisschen mehr die Kinder halt ranbringst an die Geschichte und denen halt so ein bisschen zeigst, wie gehst du überhaupt mit deiner Sammlung um und so. Und das wäre ein Projekt, wo ich mega gerne mal machen würde. Und dann so ein Fünf-Jahres-Plan für mich persönlich. Ich bin ja Physio. Ich werde vielleicht mal die Praxis bei uns mal übernehmen in Zukunft, was so ein persönliches Ding wäre. Und das zweite Ding wäre dann zu der Praxis dann vielleicht so mal echt so einen kleinen Chiller laden. Also nicht laden im Sinne von einem Geschäft, sondern ich habe es ja vorhin schon mal kurz angeteasert gehabt. Ich habe so einen kleinen Raum oder zwei kleine Räume, wo man sich wirklich auch hinhocken kann, wo man sagen kann, hey, Dave, mach mir mal einen Kaffee und schick mir mal einen Booster rüber und einfach so ein bisschen gemütlich einen rupfen, vielleicht auch. Das hört sich jetzt voll falsch an. Ey, weißt du, was sich auch falsch anhört? Was? Wo ich die Game Nights organisiert habe und das habe ich gar nicht gecheckt. Dieses Gebäude heißt Spritzehüsli, oder? Und ich habe halt so voll so, ja, wir treffen uns zu einem Spritzehüsli und so. Und alle Leute so, what the fuck, wo gehen wir in einen Puff oder wo landen wir jetzt bei dem, gell? Dabei war das halt so ein altes Feuerwehrhaushalt, wo wir uns getroffen haben, oder? Und deswegen Spritzehüsli, gell? Und ich habe mir gar nichts dabei gedacht. Na gut, egal. Man schweift da ein bisschen verbal vielleicht mal ab oder so. Aber das wäre so ein Traum, so ein Ding, wo man sagen kann, hey, du hast zwei, drei Tage die Woche, wo Kollegen sich treffen können, zusammen abhängen, wirklich wie in einem Kaffee oder sowas, Schrägstrich Restaurant, gemütlich irgendwie ein Käffchen oder ein Bierchen trinken können und zusammen eine Runde Karten spielen oder Tabletop oder whatever oder vielleicht auch einen Nintendo Switch entstellen und ein bisschen gamen können und einfach so gechillt abhängen. Das wäre so ein kleiner Traum von mir. Ob und wann der sich erfüllt, keine Ahnung, aber... Wo findet man dich denn und wo kann man denn diese Projekte oder wie kann man diese Projekte supporten? Also ich bin natürlich aktiv, sage ich jetzt mal, auf Instagram unterwegs, halt mit Daviz TV und mit der Collectors Lounge. Da mit Sicherheit kann man mich gut finden. Sonst halt Twitch und YouTube logischerweise auch präsent unter Daviz TV. Da kann man gerne mal vorbeischauen, würde mich freuen, wenn man einfach mal Hallo sagt und so und das Ganze ein bisschen verfolgt. Ja, und dann mal gucken, wo die Reise hingeht die nächsten Jahre, ja. Das war heute eine spannende Folge beim Thomas Kovac Podcast. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung hier da auf Spotify und Apple Podcast und wir sehen uns bei der nächsten Episode.